Die ganze Welt ist ein Mahnmal dafür, dass sie gelebt hat und dass ich sie verlor. Das ist unsere Geschichte. Tessas und meine. Wir sind süchtig nacheinander. Mit größter Lust und schlimmstem Schmerz. Du hast mich verletzt, ich kann dir nicht verzeihen. Tessa, gibst du mir noch eine Chance? Ich versuch's, was auch immer nötig ist. Hardin ist ihr Sohn. Ja, aber er kann eine ziemliche Herausforderung sein. Bereut er es? Verzeihung, Sir, können Sie den Fahrstuhl bitte anhalten? Arschloch! Tessa, willkommen bei Vance Publishing. Sie hinterlässt sofort Eindruck. Wow. Hardin, Scott, hätte nicht gedacht, dass du auf Bad Boys stehst. Ich habe eine Frage. Liebst du ihn? Du wirst mir nie vertrauen. Ihr Vertrauen? Wohin hat mich das bis jetzt gebracht? Ich dachte, dass es irgendwie besser wird, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Deine Tessa, Hardin, die gibt's nicht mehr! Diese Geschichte mit dir und Hardin, die geht nicht gut aus. Worauf unsere Seelen auch geschaffen sind. Seine und meine sind gleich. Es gibt niemand anderen für mich, Tessa. Niemanden. Au!